Und tief in meiner Seele, da spüre ich ganz klar, da toben tausend Kriege für andere unsichtbar. Sie nehmen mir die Freude, rauben mir die Kraft, warum gibt es keinen, der endlich Frieden schafft? Frieden, 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 das wünsche ich mir so sehr. Frieden, 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 das wünsche ich mir so sehr. Frieden, 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 auch wenn doch endlich Frieden. Frieden, 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 das wünsche ich mir so sehr. Frieden, 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 das wünsche ich mir so sehr. Frieden, 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 auch wenn doch endlich Frieden wird. Frieden, 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 해도 nicht das wünsche ich mir. Untertitelung des ZDF, 2020